Guten Tag, hier ein wunderschönes Beispiel für ein amerikanisches Muscle Car, der Standard-Klassiker. Ein 2014er Ford Mustang GT Premium. 2014 ist ja bekanntermaßen das letzte Modelljahr dieser Baureihe. Der neue Ford Mustang sieht genau so aus. Zufälligerweise steht hier gerade einer. Da kann man so ein bisschen den Unterschied sehen. Kommen wir zurück zu diesem wunderbaren Fahrzeug. Wenn es uns Preis-Leistungs-Verhältnis geht, ist das wohl der momentan beste Deal am Markt. Man bedenke, 2014er, das Fahrzeug ist seit der Erstzulassung vor ca. 20.000 Meilen seit anderthalb Jahren im Verkehr. Der Listenpreis betrug damals weit über 38.000 Dollar. Nun gab es den deutlich günstiger. Genau, das können Sie gerne bei dem Käufer anfragen. unserem Kunden aus dem liebevollen, liebenswerten Hattingen. Das sind 19 Zoll Premium-Felgen. Die Farbe ist sterling-gray, metallic. Kurzer Blick nach hinten. Hier die neuen Rückleuchten. Der Heckspoiler. Das ist ein sehr gepflegtes Fahrzeug. Das kommt von einem Ford-Händler und ist Ford-zertifiziert. Die Fußmarken. Das Fahrzeug wurde nochmal komplett gedetailed. Auch auf die Felgen wurde ein Augenmerk gerichtet. 2,45, 45er und 19 Zoll. Die Wurstels. Als Premium eine Lederausstattung innen. Das Shaper Sound-System. Hinten auch nochmal zwei Sitzplätze für kleinere Menschen. Insoweit Standard. Das Fahrzeug hat noch das Komfortpaket mit Sitzheizung. Wie man hier sehen kann. Eine Automatik. Das Shaker 500. Klima-Automatik. Hier ein kurzer Blick aufs Cockpit. Wir haben hier dann auch USB-Anschluss. Das Fahrzeug hat serienmäßig das Ambient Light. Ein Tax-Fight Elite. Nun kommen wir noch zum Herz des Ganzen. Der 5.0 Liter Coyote V8. 32 Ventiler von Ford. Ein wunderschönes Triebwerk. Bringt das Fahrzeug auf 420 PS. Die 2013er und 14er haben ja 8 PS mehr als die Vorgänger. Und auch serienmäßig sehr beliebt bei unseren deutschen Kunden. Xenon. Das Fahrzeug hat eine Dobstrebe. Bei den Kunden sehr wichtig. Alles in allem, wie gesagt, vorzertifiziert. Sehr gepflegt. Preis-Lassungs-Verhältnis Note 1. Und eine schöne Farbe haben wir auch. Dementsprechend wünschen wir das Team von Schone Autoborkos hier in Fort Lauderdale, Florida. Ihnen, lieber Kunde, allzeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen mit diesem Muscle Car im schönen Hattingen. Da wir uns ja hier schon bei unserem deutschen Speditionsfahrer vor Ort befinden, bewegen wir den Wagen nun zum Container. Dort wird der Ending-Container verpackt. Der Container geht nach Miami. Und von Miami bewegt sich das Ganze dann gen Bremerhaven. In Bremerhaven übernimmt dann entweder der Kunde selber oder der Ubrüster meiner Wahl. Vielen Dank und auf Wiederhören.